Mahlzeit! Diesmal habe ich einen Seat Mi in der Mangel, wie es so schön heißt. Der braucht auch einen Luftdruck Reset. Und zwar hat er eine direkte Taste Set. So und die drücken wir jetzt. Dann geht die Lampe an und wenn er nicht bling gemacht hat, ist der Luftdruck resettet. So einfach war es. Bis dann, ciao!